Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 heute am Donnerstag. Die Themen diesmal. Das Budget war Thema in der Regierungssitzung, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und der Literaturpreis des Landes wurde vergeben. Zur 36. Sitzung trafen sich kürzlich die Mitglieder der Kärntner Landesregierung. Hauptthema war dabei das Budget für 2025. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig und Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber im Pressefriere betonten, werde das Land Kärnten einen intelligenten Sparkurs einschlagen, um den besonders schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen zu begegnen. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember kommt es zu einem weitreichenden Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten. So wird etwa die Kärntner S-Bahn erstmals in allen Bezirks- und Statutarstädten von 4 bis 23 Uhr fahren. Diese und weitere Verbesserungen wurden von Landesrat Sebastian Schuschnig im Kärntenmuseum präsentiert. Der Literaturpreis des Landes für Prosa geht in diesem Jahr an Regina Klein. Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser überreichte den mit 2.000 Euro logierten Preis an die Klagenfurter Schriftstellerin für ihr Werk das Mundstück. Ausgezeichnet wurden im Museum Museum auch Eva Prieslinger, Johanna Ecker und Christian Miksche. Pünktlich am 11.11. um 11.11. wurde in der Landesregierung der Fasching geweckt. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber empfingen die Kärntner Gilden im Spiegelsaal. Nach Feldkirchen ist Bad St. Leonhardt in diesem Jahr die Faschingslandeshauptstadt. Als Landesprinzenpaar regieren Tina die Erste, Tina Schüßler und Daniel der Zweite, Daniel Stückler. Ich danke vielmals fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie auch am Montag bei Kärnten TV 90 einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.